No Man's Sky Jetzt muss ich mal zählen, wie viele Steine habe ich denn eigentlich? Eins, zwei Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Nummer neun Wir haben wieder einen mit den drei schwebenden Also entweder geht es endlos so weiter Oder die waren echt ein bisschen faul Dass sich hier alles wiederholt Ich hätte echt gehofft, dass jeder anders aussieht Aber naja Okay Ganz viel Gag-Wörter liegen hier so rum Hier kann man schon einiges lernen An Wörtern Ah, ne Technologie Leider geht das nicht weg Ah, kennen wir schon, schade Und nochmal die gleiche, danke Das ist echt super Naja Ich bin fast am Endpunkt Ich kann es spüren Ein Schimmer am Rand meiner Vision Der verschwimmt, wenn ich versuche Mich darauf zu konzentrieren Das ist die Illusion Ich bin eine Maschine geworden Ich bin das Experiment und der Beobachter Dieses Universum wurde für meine Reise geschaffen Es wurde um den Weg herum gebaut Den ich folge Okay, das klingt Ähm Crazy Das klingt sehr mysteriös Aber die Reise ist fast zu Ende Also viele können nicht mehr kommen Ich sag mal Wahrscheinlich Vielleicht Keine Ahnung Naja, aber jedes könnte jetzt das letzte sein Sag ich mal Vielleicht Zehn oder zwölf Also vielleicht noch ein Ich sag jetzt mal Ein bis drei Stationen Müssen wir noch anfahren Haben wir noch Treibstoff in unserem Hyperdrive? Ne Das heißt jetzt müssen wir erstmal Wieder eine Hyperdrive Kapsel bauen Und dafür fehlt uns gleich mal als erstes Kohlenstoff Der dürfte allerdings nicht so schwer zu kriegen sein Fliegen wir doch mal zu der Raumstation als erstes Und wenn wir da angedockt waren Ich gehe gleich mal raus Weil der uns wieder irgendwo Fallschirm bringt Ach, das Notfall-Signal Kann mich jetzt gerade mal Ich würde jetzt eigentlich gerne nur in die Station reinfliegen So, da sind wir auch schon Okay Weil dann holen wir uns erstmal noch ein Anzug-Upgrade Und Ja, weiß ich gar nicht Keine Ahnung Schauen wir trotzdem mal drüber noch zu den anderen Oh, da ist gerade einer durch die Wand durchgeflogen Ich hoffe, dem geht's gut Ich hoffe, demnächst nichts passiert So, Jetpacken Hochjetpacken Okidoki Da haben wir ihn auch schon Zuverlässig wie immer Für 210 Naja, solange wir noch über eine Million haben Mache ich mir keine Geldsorgen Haben wir keine Geldsorgen, finde ich Ja, aber andererseits Wenn man sieht, dass es Schiffe hier gibt Die 8 Millionen und mehr kosten Dann Kann man nie genug Geld haben eigentlich Also Vielleicht 100 Millionen Das wäre wahrscheinlich genug Hey Wen haben wir denn hier? Ein kleiner Gag Hallo, vieräugiger Gag Direktor Hall Freund Gag-Händler Gewöhnlich Gewöhnlich Gag-Händler Freund-Sprache Ähm Ähm Äh Was machen wir jetzt? Ich gebe ihm Eisen Haha Das gefällt ihm Na, schau Den kann man leicht glücklich machen Lernen wir das Wort für Gas Für ein bisschen Eisen Ich pflücke mal die Pflanzen Für ein bisschen Kohlenstoff Vielleicht Können wir dann gleich weiterfliegen Das würde mich nämlich jetzt schon sehr interessieren Ja, aber sehr viel haben wir hier nicht gefunden Das Wird knapp Den haben wir auch schon Und da steht keiner mehr Na jo Dann hier Willkommen Gegenstände Aus dem Inventar verkaufen Aber eigentlich haben wir gar nichts im Inventar Wenn ich mich nicht täusche Im Schiff glaube ich auch nicht Also können wir hier eigentlich gleich wieder gehen Dauernd scanne ich Wenn ich laufen will Das macht wahrscheinlich die Fallout-Steuerung Ich bin mir gerade gar nicht sicher Wie sich Fallout steuert Wie man in Fallout sprintet Aber wahrscheinlich Weil ich intuitiv immer auf den Auf den linken Bumper Auf den linken Stick drücke So, jetzt gucke ich mal eben kurz Nochmal in unser Inventar Ah, jetzt können wir Suspensionsflüssigkeit Immerhin schon mal craften Auch Das Auch Antimaterie Und Auch eine Wurzelle Dann tanken wir doch mal Ach so Falsche Tasse Falsche Steuerung So, dann springen wir doch mal Zum letzten Atlas-Punkt Wenn das geht Ich sehe ihn auch schon Der ist echt ein Stück weg Aber ich schätze mal Wir kommen einfach wieder hin Aus irgendeinem Grund Na, jetzt gib mir doch endlich Die Kontrolle So Das dauert immer so Unnötig lange Alles hier Na komm Hier hoch Nein, nicht wieder zurück Mensch Das ist teilweise echt Ein bisschen Verzwickt Nein, nicht schon wieder zurück Jetzt Nein Oh, das macht er doch Mit Absicht jetzt Jetzt hat er schon Den anderen Weg aufgefüllt Ich muss die Kameraperspektive ändern So So geht's Okay Können wir echt So weit springen? Ja, ohne Probleme anscheinend Na dann los Durch den Planeten Durch Überhaupt kein Problem Naja, das ist Raumkrümmung Da Sind die Regeln anders So Jetzt bin ich aber echt schon gespannt Jetzt bin ich gespannt Das ging jetzt echt schnell Oh, was war denn das gerade? Habt ihr das gesehen? Das sah gerade sehr komisch aus Für einen kurzen Moment War da irgendwie so ein Ganz komisch schwarzes Loch Jetzt habe ich fast ein bisschen Angst Aber trotzdem Ich habe vorher gerade gesagt Ganz selbstverständlich Zur letzten Station Dabei weiß ich ja gar nicht Ob es wirklich die letzte ist Ich glaube es nur Zumindest sieht der Atlas Ball wieder Genauso aus wie der erste Den man gesehen hat Aber es sieht nach nichts Besonderem aus Eigentlich Also keine Ahnung Naja, mal schauen Okay Okay, ein paar Büken Wörter können wir auf dem Weg Wieder mitnehmen Na hopp Und los Naja, ich kenne doch schon Alle Technologien hier Lasst mich jetzt zum Ball Die finale Schnittstelle wurde enthüllt Also doch Der Atlas winkt mich hinein Das ist Totalität Das ist Konformität Ich bin beschwingt Verängstigt und gebrochen Jeder Wegpunkt hat mich Unweigerlich hierher gelockt Und ich bin so weit gekommen Die Offenbarung zerreißt mich Meine Aufgabe ist erfüllt Mein Programm ist beendet Nichts ist real Diese Existenz ist eine Nachahmung des Lebens Ein Modell, das von abgestumpften Intelligenzen erschaffen wurde Die genauso Sklaven ihrer Wirklichkeit sind wie ich Was verbirgt sich hinter dieser Wahrheit? Okay, es ist tatsächlich so wie ich es prophezeit habe Also zumindest interpretiere ich das jetzt so Dass er sich über Seine Existenz als Videospielfigur Bewusst ist im Grunde Aber sind wir uns auch Unsere Existenz als Videospielfiguren Im Klaren Das ist die Frage Okay, wir haben 10 Atlassteine Ja, ich weiß nicht Können wir die jetzt verkaufen oder so? Oder Was machen wir jetzt damit Mit den Atlassteinen? Vielleicht war es ja doch noch nicht wirklich Die letzte Schnittstelle Vielleicht kommt ja doch noch was Weiß ich jetzt auch nicht genau Was das jetzt wird, wenn es fertig ist Das ist ja ganz interessant Aber ich dachte jetzt Passiert vielleicht irgendwas Warum passiert nichts? Ah, tatsächlich Der Atlas Es zeigt mir was Neues an Ah, okay Es geht noch weiter Atlas Schnittstelle Ja, okay Aber jetzt müssen wir glaube ich Wirklich erstmal ein bisschen Auf jeden Fall ein bisschen Kohlenstoff tanken Anders geht es nicht Aber man muss doch normalerweise Einplanet näher sein als der Der ist wahrscheinlich Hinter der Station So, landen wir mal schnell auf dem Der sieht so aus Als würde er vor Leben Nur so strotzen Dieser Magmaplanet Ja, weiß nicht genau Ein schwarzer Planet mit roten Strichen Sieht für mich nicht gerade Wie der lebensfreundlichste Planet aus Aber man kann es ja in dem Spiel Nie sagen vorher Okay Los geht's So, stopp, bremsen Weil jetzt können wir schon Direkt in die Atmosphäre reintauchen Würde ich sagen Ja, der sieht wirklich Relativ tot aus Leider Da werden wir mit Kohlenstoff Gerade kein Glück haben Ah, hier stehen ein paar Bäumchen Perfekt Dann lande ich hier mal Ein paar Bäume hat er doch Ein bisschen Hey, und was haben wir denn hier? Knapp und karg Naja Gold Naja, gut Den nehme ich jetzt schon mit Den großen hier Was soll's Zink kann man auch immer brauchen Und jetzt fällen wir uns mal Ein paar von den großen Bäumen Dann haben wir auch mal Ordentlich Kohlenstoff Was ist denn das hier? Alles Gräbt da ab Nur nicht im Baum Hab ich das Gefühl Okay Ja, das dürfte erstmal Ein ordentlicher Batzen Kohlenstoff Gewesen sein Jetzt können wir Wieder Craften Und zwar erstmal Suspensionsflüssigkeit Elektronendampf Antimaterie Und Warpzelle Können wir das Ganze nochmal machen? Suspensionsflüssigkeit Jawohl Ah, das war's jetzt erstmal Dafür bräuchten wir noch mehr Hierridium Hierridium findet man ja zum Glück Auch überall War nicht hier sogar ganz in der Nähe einer Ich hab schon ein paar gesehen Wenn ich mich hier umsehe Aber ich dachte hier war wirklich Einer unmittelbar in der Nähe Naja, aber nicht so wirklich Ach, aber jetzt haben wir E2 Kapseln Jetzt haben wir E2 Warpkapseln Das reicht doch erstmal Jetzt tanken wir mal eine voll Achso, wir haben nur eine Warpzelle Naja, reicht trotzdem Hierridium kriegen wir schon Hierridium ist glaube ich wirklich Auf jedem Planeten zu finden So Dann ab mit uns Ich will jetzt zur nächsten Schnittstelle Weil angeblich ist meine Reise beendet Aber irgendwie ist sie nicht beendet So Deswegen schauen wir doch mal Was wird's hier entdecken? Ich bin hier mal gespannt jetzt Und was im Zentrum wartet Bin ich auch gespannt Ich hab mich wirklich noch nicht gespolt zum Glück Ich hab Ich bin noch relativ unbeschrieben Ein unbeschriebenes Blatt Ich hab nur schon mal Aus so Überschriften irgendwie herausgelesen Dass viele enttäuscht sind von dem Ende Ich bin gespannt Das mit dem Atlas gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut Bis jetzt so Kann ich nix dagegen sagen Bisschen vorhersehbar vielleicht Aber ist schon nicht schlimm So So wir werden aus irgendeinem Grund Super langsam Hab ich das Gefühl So jetzt sind wir im Traktorstrahl Ich fand den Begriff aus Star Trek immer lustig Den Traktorstrahl Weil ich hatte halt immer einen Traktor im Kopf So ein Bauernauto Ihr wisst schon Die heißen einfach nur Traktor Oder ich glaub Trakern nimmt man die teilweise auch noch irgendwo in Deutschland Auf jeden Fall so ein Traktor Fand ich schon Und dann hab ich mir immer gedacht Der Traktorstrahl Und dann hab ich mir immer vorgestellt Wie so ein Traktor durchs Weltall fliegt Und so einen Strahl schießt Und wie das halt so ist Ich war da noch ziemlich jung So Auf zum letzten Atlas Ding Also wenn es denn das letzte ist Das ist jetzt schon das zweite Das ich als das letzte bezeichne Also wer weiß Hey aber hier krieg ich wieder Warpzellen Das find ich doch mal nett von euch Immer her damit Jawoll Zweimal Warpzelle zum Mitnehmen bitte Jetzt schaut mir mal was hier noch passiert Meine Reise ist vollendet Ein Gefühl der Erfüllung überkommt mich Doch es schwindet wieder Mir wird klar Dass ich mich trotz all der Bemühungen nicht verändert habe Ohne mein Zutun Schweben die Atlas Samen auf dem Eingang Auf Auf den Eingang zu Hm Ich be Ich begreife was jetzt passiert Wenn ich es zulasse Einen neuen Stern erschaffen Okay Warum geht das jetzt nicht Ah okay Ich muss wahrscheinlich alle im Inventar haben oder Wahrscheinlich liegt es daran Okay ich zähle nochmal durch Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn Zehn Stück habe ich Genau Okay müsste jetzt gehen Ich versuche es nochmal Ich hoffe ich darf jetzt nochmal Einen neuen Stern erschaffen Ist das denn mein eigener persönlicher Superstern Jetzt kann ich es machen Genau Der Himmelskörper ruft ein Bild in meinem Geist hervor Ein neuer Stern wurde am Rande der Galaxie erschaffen Am Rande Ein neuer Reisender wird dort erwachen Ich bin frei und bereit zu erkunden Ah Ich habe jetzt eine neue Neues Sonnensystem erschaffen Und ein Spieler wird jetzt da erscheinen Wird jetzt da spawnen In dem System das ich erschaffen habe Das finde ich zwar ziemlich cool Aber ich würde eigentlich auch gern dann sehen Was er sieht Ich würde mir das gern irgendwie anschauen können Was er erlebt Das wäre noch ziemlich cool Seine Entdeckungen oder sowas Na gut das war es dann wohl mit unserer Atlas Reise So wie es aussieht Anomalie entdeckt Was haben wir denn jetzt schon wieder Ein schwarzes Loch Fliegen wir doch da mal hin Ah Wir müssen erst tanken Eine Wurzelle Jetzt finde ich es fast schade Dass wir nur so wenig springen Ich hoffe das schwarze Loch bringt wenigstens einiges an Fortschritt Weg Richtung schwarzes Loch Da haben wir es Cool Heute Das ist eine super Folge Wir erleben das Ende der Atlas Reise Und wir dürfen jetzt nochmal in ein schwarzes Loch springen Das war eine gute Entscheidung Stellt euch mal vor Wir hätten jetzt auf dem Weg hierher In jedem System angehalten Und hätten jeden Planeten untersucht Ach das hätte viel zu lang gedauert Ich würde es ja eigentlich fast gern gemacht haben Aber gleichzeitig ist es einfach unrealistisch So guck so Achso Dann spiele ich das halt noch in fünf Jahren Und ehrlich gesagt will ich mal wieder auch was anderes spielen Irgendwann Irgendwann mal Aber hier gibt es trotzdem Planeten Es gibt nicht nur schwarze Löcher Aber trotzdem fliege ich jetzt in das schwarze Loch hinein Natürlich Was würde man auch sonst mit so einem schwarzen Loch machen Raumstation in der Nähe Sagt das Spiel zu mir Naja Das ist aber ein seltsames Raumstationsding So Ich bin am Ereignishorizont Hier wird die Zeit verlangsamt Und jetzt bin ich drin Oh wenn 1000 Hm Das ist so stark Alles hier Ähm Wird es hier durchs Welt Stanley Kubrick 2001 Mit den Monolithen Und mit diesen komischen Strobo-Effekten Wenn man durch so Dinger springt Geht nur dass ich Zum Anfang und zum Ende werde Okay Wir sind In einem anderen System Gelandet Aber von wo Wohin Woher Von da drüben Vielleicht Sind wir von da drüben Hier her gesprungen Ich weiß es nicht Auf jeden Fall Können wir jetzt Unseren Weg ins Zentrum Fortsetzen Und jetzt muss ich echt mal schauen Habe ich jetzt eine Warpzelle geladen Ne Das mache ich jetzt noch schnell Wir haben hier eine Anomalie Also ich werde noch nicht Wegfliegen Keine Sorge Wir bleiben hier noch ein bisschen Aber ich muss jetzt mal testen Wie weit wir mit einer So einer blöden Hyperdrive Zelle kommen Ich höre mich so an Als würde mich das nerven Dass wir weit springen können Aber das stimmt überhaupt nicht Ich finde es super Ich würde es jetzt echt mal Ich reize jetzt mal Das Maximum aus Mal schauen Wie weit haben wir es denn noch Zum Zentrum Steht doch auch irgendwo Ah Hier ist es schon zu weit Okay Ins Zentrum sind es noch 778.000 Lichtjahre Boah Und ich kann anscheinend 500 springen Ja Sind wir noch ein bisschen Unterwegs Also ich meine Wir werden vielleicht Noch ein paar schwarze Löcher Finden Aber ansonsten Sind wir noch Ganz schön lange unterwegs So 80, 90 Sprünge Haben wir schon noch Zu leisten So ungefähr Oh nein Warum ist mein Warp-Reaktor Kritisch beschädigt Passiert das Wenn man durch So ein Ding springt Ich brauche Kupfer Iridium Und einen dynamischen Resonator Weil dann könnten wir Wahrscheinlich noch Weiter springen Wenn das Ding Nicht kaputt gegangen wäre Beim durch ein schwarzes Loch springen Na gut Das sind dann Die Schattenseiten Jetzt landen wir mal Hier in dieser Anomalie Aber ich könnte mir Vorstellen Dass wir da Unseren zweiten Season Pass kriegen Und ihr wisst schon Was ich meine Wenn ich das sage Atlas Pass Okay Gut Ich würde sagen Dann beenden wir Jetzt hier mal die Folge Vielen Dank fürs Zusehen Ich hoffe euch hat's gefallen Wenn ja dann bitte Liken und Abonnieren Nicht vergessen Ihr könnt Landscape Birdrider Auch auf Twitter Oder Facebook folgen Wir sehen uns dann Hoffentlich in der nächsten Folge wieder Also macht's gut Bis dann Ciao 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 Ciao